Aber trotzdem, wir haben drei Clan-Kampftruhen geöffnet und eine Magietruhe, das war auf jeden Fall nice. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute öffnen wir drei Clan-Kampftruhen und was glaubst du Niklas, wie viele Legendaries werden wir heute so ziehen? Ich würde sagen vier auf jeden Fall. Ja, wäre besser, wenn du ein bisschen näher kommst, dann hören dich auch alle. Und ja, ich habe immer noch ein Gewinnspiel am Start, also wenn ihr eine 15 Euro iTunes-Card oder eine Google-Play-Card haben wollt, dann lasst auf jeden Fall mal ein Abo da und ein Like. Und ich würde mich jetzt mega freuen über eine Legendary-Card aus dieser Clan-Kampftruhe. Und ich bin mal gespannt, ich glaube, Batmax-Warrior findet es okay, dass wir jetzt eine Clan-Kampftruhe öffnen. Let's go. Er wundert sich jetzt wahrscheinlich so richtig, hä, wo ist denn jetzt diese Clan-Kampftruhe hin? Jetzt benutzen wir mal kurz seinen Account, damit wir drei Truhen haben. Was callst du? Wie viele Legendary-Cards bekommen wir heute? Ja, hab ich doch schon gesagt. Vier. Vier? Okay. Ganz sicher. Vier, okay. Vier Stück. So, viermal den Grabstein bekommen wir. 48 mal die Kanone, die geht fast auf Level 11. Sehr nice. 62 Skelette. Ich glaube, das reicht. Reicht das schon? Ne, keine Legendary-Card. Okay, gut. Dreimal den Tornado. Hat er sonst noch irgendwelche Kisten oder so? Was? Hat der im Deck den Tornado. Den Tornado? Hat er im Deck? Oh, nice. Ja, gut. Dann haben wir ihm gerade was Gutes gezogen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns direkt bei der nächsten Clan-Kampftruhe wieder. So, wir sind jetzt auf dem Account von Niklas. Glaubst du, wir ziehen jetzt auf deinem Account hier eine Legendary-Card? Auf jeden Fall mindestens zwei. Ja, zwei Stück wären schon krass. Let's go. Ey, das ist jetzt so übertrieben krass. Aber hier in der Aufnahme dein Account, so eine Legendary-Card wäre schon nice. So, ich sag dir, wenn wir jetzt eine Legendary-Card ziehen, schreibst du dann hier rum? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Okay, gut. Auf jeden Fall der Riese ist fast auf Level 7. Auf jeden Fall der Bomber, auch fast auf Level 10. Ja, die Kobold-Gang ist jetzt nicht so geil. 18 Mal Brasro Kobold. Komm, wenn da jetzt Epics kommen. Ah, schade. Aber gut, der Epic, dreimal Golem. Der Golem ist gut. Der Golem ist gut. Ja, und ja, wir öffnen jetzt noch auf meinem Account die Clan-Kampftruhe. Und wenn dort eine Legendary-Card kommt, das wäre richtig nice. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der letzten Clan-Kampftruhe wieder. Jetzt sind wir bei der nächsten und letzten Clan-Kampftruhe auf meinem Account. Und ja, der Niklas hat keine Legendary-Card gezogen. Dem Badmax-Warrior haben wir auch keine Legendary-Card gezogen. Und hier, ich habe gespendet. Okay, er kann jetzt hier im Video befördert werden. Er bekommt den Vize-Rang. Und hier hat der Florenz Büchner den Holzfell aus der Clan-Chess bekommen. Jonas B. YouTube hat auch gerade eine Lig... Nein, der hat gerade eine Liggy-Chess bekommen. Der hat keine Legendary bekommen. Und er hat Miner und Magie-Truhe bekommen. Aber ich bin mal gespannt. Let's go. So, die letzte Clan-Kampftruhe. 52.000 Gold haben wir. 12 Mal die Lakaien. 4 Mal Eis-Golem. 10 Mal 3 Musketiere. Eine Epic. Wie viele Epics sind da drin? 3. Och, nee. 13 Mal den Blasrauch-Kobalt. Und 229 Mal den Bomber. Als ob. Wir haben nicht eine Legendary-Card gezogen. Lol. Sollen wir jetzt auch die Magie-Truhe eröffnen? Ja, bin ich auch für. Ja, okay, gut. Dann öffnen wir jetzt noch eine Magie-Truhe. Die skippen wir mal kurz durch. Und bekommen 4 Mal den Tornado. Ah, alles klar. Okay, gut. Wir haben diese Karten bekommen, die wir gerade schnell durchgeskippt haben. Das wäre jetzt so nice geworden. Da hat jemand was geschrieben, glaube ich. Ja, ich glaube, der Niklas hat gerade geschrieben. Ich habe gerade alle Legies aus der Truhe bekommen. Okay, gut. Ja, das war es mit diesem kleinen Chest-Opening. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt haben wir auch endlich mal wieder einen neuen Truhenplatz frei. Natürlich keine Legendary-Card bekommen. Aber trotzdem, wir haben drei Clank-Kampftruhen geöffnet und eine Magie-Truhe. Das war auf jeden Fall nice. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.